Musik Mach die Musik an, ja genau Freunde, 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 Freunde Ihr seid am perfekten Ort angekommen Und ihr seht direkt eine ganz krasse Sache Also erstmal kurz zum Zusammenschnitt Wir waren gestern Abend mit Revi nochmal kurz unterwegs Und haben noch Viktor getroffen Habt ihr ja gesehen Aber wir kommen mal zu einem wichtigen Ding hier Nicht, dass die beiden unwichtig wären Aber ihr seht es Das ist ein Block Hast du auch noch Haarspray drin? Nee No Haarspray-Block ist das Wenn man auf Tour ist, ist das immer recht schwer Sich gepflegt zu halten Ich zeig euch mal ein Bild Ich hab meinen Bart mittlerweile gestürzt Aber ich zeig euch mal ein Bild Damit ihr weiß, wovon ich rede Aber die Haare sind immer noch long as fuck Und ich gehe gleich zum Rudi Ich hab einen Termin beim Rudi Und wenn André da fertig ist Werde ich auch zum Rudi gehen Wir gehen beide zum Rudi Denn das ist echt Ey, das ist so nervig Dass die Haare so schnell wachsen Das ist richtig schlimm Stell dir mal vor Man könnte so diese Barthaare Und die Haare so einfrieren Weißt du? Ja Dass da nichts mehr wächst Komm mal her hier Was hast du heute gemacht, kleiner Dexter? Erzähl es den Leuten Okay, fang mal an Was hast du heute gemacht, Dexter? Rude Hm? Die Haaren voll, ne? Ja, da ist der zweite Gauner Attacke, Dexter! Ja Was hast du heute gemacht, Murky? Ja Und jetzt gibt es die nächsten Tage ein paar Schaut aus, liebe Freunde Ganz genau Seid gespannt Große Ankündigungen folgen Was wir sagen können an dieser Stelle TV, ihr wisst es, letztes Jahr war der so Immer so Slow-Mo-Takes, schöne Aufnahmen So ähnlich wie am Anfang Das wird es wieder geben TV, der positivste Kanal auf YouTube Aber Freunde, jetzt vergesst mal alles, was wir gerade gesagt haben Denn wir kommen jetzt wirklich zu den wichtigen Themen Und zwar Wenn man hört, was hier oben passiert Dann kann man vielleicht schon darauf schließen Der eine oder andere Interessierte weiß es Melina ist heute, beziehungsweise tut es gerade In ihre Wohnung eingezogen über uns Es ist endlich nach Monaten, haben wir es geschafft Sie hat jetzt mit so einem ganzen Umzugsunternehmen Richtig viel Arbeit, alles rübergebracht Und ab morgen auf dem besten Kanal auf YouTube Seht ihr ganz live, was hier alles passiert Melina hat heute schon viel gefilmt Da sind krasse Dinge passiert Ja, du bist auch krass Panodax-True 18 Uhr, morgen, kommt schon das erste Video Auf Melinas Kanal auch Merkt euch das auf jeden Fall Schreibt es euch in den Kalender Und ja, wir gehen jetzt zum Rudi Ihr seht auch dann morgen Wir machen jetzt mal wieder so einen Cliffhacker Was wird bei Rudi geschehen? Bekommen die beiden Jungs seine Glatze? Das und alles andere Sehen Sie morgen auf A-Crime-TV Was? Ausrechter Was? Ja Leider Ich bin ja Was? Ich bin ja Ich bin ja Das passiert mit euch kleinen Hatern. Dexter, eliminiert euch.